Google Catalogs, ein altes System, wieder neu erfunden. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INMA, gehen Sie schauen, Webseiten-Marketing.ch. Google Catalogs oder Google Kataloge gab es 2001 schon, wurde dann 2009 wieder eingestellt. Jetzt ist es wieder hier extrem spannend, was man damit anstellen kann. Ich zeige Ihnen kurz, wie die Webseite ausschaut. Ich bin hier auf Google.com slash Catalogs, das gibt es leider erst in den USA. Hier habe ich verschiedene Kataloge, sieht man, die bleiben hier durch. Ich bin hier auf Featured, wenn ich hier runterscrolle, kommen mehr, Latest Catalogs rein. Ich kann hier auf Brands klicken, dann habe ich die verschiedenen Kataloge alphabetisch aufgeführt. Es sind heute rund 100 Kataloge, die hier drin sind. Und dann habe ich noch Kategorien und kann hier nach Kategorien wählen. Ich nehme jetzt mal eins raus da, Jewelry, und gehe dann mal in unseren Katalog rein. Fossil beispielsweise. Und jetzt kann ich diesen Katalog durchbrausen. Und immer wenn ich hier über das Bild rüberfahre, kommen hier diese Tags. Double-Click. Gut, kann ich auch noch machen. Ist nicht unbedingt nötig, dass ich hier noch reinzoome, wieder raus. Wenn ich mir jetzt diese Bluse oder die Uhr bestellen möchte, klicke ich hier drauf, komme hier in die Details rein und bin hier immer noch in Google Katalogs. Also da sind wir noch nirgends anders gelandet. Und jetzt, ganz spannend, ich klicke hier raus, auf den Shop selber, komme dann nach dem Fossilshop, wo ich eben dann diese Uhr sollte bestellen können. Funktioniert jetzt in dem Fall nicht so optimal. Doch, hier kriege ich sie. Klicke hier weiter. Okay, hat jetzt nicht so optimal funktioniert bei dem Shop hier. Ich gehe vielleicht noch mal kurz zurück. Wähle mir einen anderen aus. Macy's beispielsweise. So, klicke mich da durch. Ich möchte mir hier dieses Flakon oder diese Vase kaufen. Klicke hier drauf. Komme hier jetzt in den Macy's Shop rein. Okay. Gut, also dieses Item ist nicht verfügbar. Gut, hat es nicht gerade optimal funktioniert, wenn es die beiden, die ich angeklickt habe, nicht. Funktioniert aber bei den anderen oder ich hoffe, bei den meisten dann eben schon. Die schicken es mir dann auch aus den USA hierher. Ist natürlich ein bisschen teurer dann, wegen den Versandskosten. Trotzdem, wenn eine Firma ein Katalogsystem hat, kann sie es hier hochladen. Ein bisschen ähnlich wie Google Shopping, dem Merchant Center. Also funktioniert tiptop mit diesen ganzen Tags direkt in meinen Shop rein. Generiert mich natürlich wieder Besucher. Würde mich interessieren, ob ihr das kanntet, als es noch hier war 2001, ob ihr es überhaupt nutzt. Heute, ob es da irgendeine Anwendung gibt, Kommentare wie immer hier. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Saab, ich bin von der Rienemage und Sie haben Webseitenmarketing.ca geschaut. Ich bin von der Rienemage und Sie haben, dass das nicht in der Rienemage und Sie haben, dass das Problem ist.